Was ist die Pfingstversammlung? Bereits im Jahre 1906 hielt ein gewisser Thomas Ball Barrett in Norwegen Pfingstversammlung statt, und zwar in der Stadt Christiania, das war der damalige Name der heutigen Stadt Oslo. Er war während des Jahres 1906 in den USA gewesen, um Spenden für ein Waisenhaus zu sammeln und wurde später als Apostel Europas bekannt. Er betete bis zu zwölf Stunden täglich. Er hatte also gehört, dass in Los Angeles es zu dieser Geistausgießung gekommen war und war zu der Zeit in New York. Und so betete er einfach dort in New York auch um diese Taufe des Heiligen Geistes, um das Gleiche zu empfangen, was dort tausende von Kilometern entfernt geschah. Und tatsächlich am 7. Oktober 1906, ein halbes Jahr also nach Azusa Street, erhielt er die Taufe im Heiligen Geist. Und einige Leute, die dabei gewesen sind, die bezeugten, dass ein übernatürliches Licht über seinem Haupt sichtbar geworden sein soll. Zurückgekehrt nach Norwegen begann er, Versammlungen zu halten und die Kraft, die in seiner Predigt zum Ausdruck kam, sorgte dafür, dass viele Menschen kamen. Bald schon waren es 2000, die zu seinen Versammlungen zusammenströmten. Er selbst schrieb darüber, Leute von allen Denominationen eilen zu den Versammlungen. Manche haben ihr Pfingsten erfahren und sprechen in neuen Zungen. Viele suchen ihr Heil und werden herrlich gerettet. Hunderte suchen ein reines Herz und das Feuer fällt auf ein gereinigtes Opfer. Solche, die diese ersten Versammlungen besucht haben, tragen das Feuer in die Städte rundum. Die christliche Welt in Norwegen wurde erheblich aufgerüttelt und schon bald legte die methodistische Kirchenleitung Barat nahe, dass er doch seinen eigenen Weg gehen sollte. Die Presse berichtete in Schlagzeilen über die Idiotenfabrik. Nach kurzer Zeit kamen aus ganz Europa Christen nun nicht nur nach Wales, sondern auch nach Norwegen, um diese Pfingstversammlung miterleben zu können. Die norwegischen Konferenzen wurden unter anderem auch von zwei bekannten deutschen Evangelisten besucht, Jonathan Paul und Emil Mayer. Emil Mayer war der Leiter der Strandmission in Hamburg. Er besuchte im Juni 1907 Barat, um sich als Augenzeuge ein Urteil über die dortige Erweckung zu machen, denn in der deutschen christlichen Presse im Brüderboten wurden sehr, sehr positive Berichte über das, was dort in Norwegen geschah, gebracht. Und noch am ersten Abend, während er gerade dort in Christiania angekommen war, besuchte er die Versammlung. Er schrieb, Die erste Begegnung mit solchen Leuten überzeugte mich gleich von der Echtheit der Bewegung. Es folgten dann 14 Tage genauester Überprüfung der einzelnen Geistbegabten. Und was er sah und hörte, weckte in ihm den Wunsch, ach, möchte Gottes Geist bald auch in Deutschland große Dinge tun. Der bekannte evangelische Pastor Jonathan Paul machte sich bald zum Fürsprecher dieser neuen Bewegung. Paul war äußerst prominent. Er war Vorstandsmitglied im Knallauer Verband. Er war Schriftführer des Knallauer Verbandes. Er war erster Evangelist der Evangelischen Allianz. Und er war erster Verbandsvorsitzender des EC. Und nur ein Jahr, nachdem in Los Angeles es zu diesem Pfingstereignis gekommen war, berichtete Jonathan Paul im April 1907 in der Brieger Bibelwoche dem Knallauer Verband davon. Diese Brieger Bibelwoche war eine Veranstaltung des Knallauer Verbandes, wo leitende Leute zusammengekommen sind in Schlesien, in der Stadt Brieck, um dort in einem Pilgerheim einfach Gott zu suchen und diese Konferenz abzuhalten. Die ganze Woche stand im Zeichen eines Austausches über die Folgeerscheinung der Erweckungsbewegung in Wales, Kalifornien und Norwegen. Und schon hier zeigte sich eine kritische Haltung von einigen der Gemeinschaftsleute gegenüber diesem Aufbruch. Andere, wie beispielsweise der Evangelist und der Mitbegründer des Reichsbrüderbundes, Johannes Seitz, konnten sich für diese Bewegung noch sehr begeistern. In der Zeitschrift Brüder Bote hatte er selbst diverse Artikel über die Bewegung in Los Angeles veröffentlicht. Seitz hatte lange auf die Wiederkehr der Apostelzeit mit einer Wiederbelebung der apostolischen Gaben gewartet. Und nun schien die Erfüllung seiner Sehnsucht gekommen. Er schrieb von einem Pfingsten die zu der Apostelzeit. Und in dieser Zeitschrift Brüder Bote finden wir Artikel wie beispielsweise und fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Werdet voll Geistes, getauft mit Feuer und Heiligen Geist, die große Pfingstgabe, der Spätregen kommt und so weiter. Die Zeitschrift brachte laufend Berichte über den neuen Aufbruch und erwartete die Ausgießung des Heiligen Geistes, den Empfang der urchristlichen Gaben und eine dramatische Neubelebung der deutschen Gemeinden. Und dort in dieser Brieger Bibelwoche war auch erstmalig ein junger Evangelist dabei, ein gewisser Heinrich Dallmeier, von dem noch die Rede sein wird. Er erlebte zwei Monate später, im Juni 1907, während einer Evangelisation von Meier in Hamburg seine Geistestaufe, wurde gleichzeitig von einem Herzleiden, das er hatte, geheilt und lernte auf dieser Veranstaltung auch zwei Norwegerinnen kennen, Dagmar Gregersen und Agnes Telle, die von Norwegen, von dieser Erweckung nach Deutschland gekommen waren, auf Einladung von Meier. Und er war so beeindruckt von den beiden Frauen, dass er sie zu einer Veranstaltungsreihe nach Kassel einlud. Viele der kürzlich gegründeten Missionsgesellschaften arbeiteten in der ganzen Welt und berichteten überall von einem erstaunlichen Wirken Gottes. Überall tat Gott Großes. Aus verschiedenen Berichten kamen Berichte über Geistesausgießungen, zum Beispiel aus Liebenzell oder aus Mühlheim an der Ruhr, wo es 1905 zu einer regelrechten regionalen Erweckung gekommen war. Man kann die Situation in Deutschland am besten wie folgt beschreiben. Die Gemeinden schnupperten Erweckungsluft. Und in diese ganze Situation, voller Erwartung, voller Spannung, die sich über Jahrzehnte aufgebaut hatte, da kam nun ein Ereignis hinein, das alles weit übersteigen sollte. Gott hatte tatsächlich ein neues Pfingsten für sein Leib geschenkt. Die Christen waren begeistert. Sie nahmen es begeistert auf, wie ein trockener Schwamm. Die Christen in ganz Deutschland streckten sich danach aus.